An der nächsten Kreuzung biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. An der nächsten Kreuzung biegen Sie links ab. An der nächsten Kreuzung biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Ihr Fahrtziel befindet sich noch drei Kilometer entfernt. Ihr Fahrtziel befindet sich noch zwei Kilometer entfernt. Ihr Fahrtziel befindet sich noch 1,5 Kilometer entfernt. Ihr Fahrtziel befindet sich noch einen Kilometer entfernt. Ihr Fahrtziel befindet sich noch 500 Meter entfernt. Sie haben Ihr Fahrtziel erreicht. Ihr Fahrtziel befindet sich noch zwei Kilometer entfernt. Ihr Fahrtziel befindet sich noch zwei Kilometer entfernt. Ihr Fahrtziel befindet sich noch zwei Kilometer entfernt.